Vier Tage vor Weihnachten des Jahres 1943 sollte eine amerikanische Bombergruppe die Focke-Wulf-Werke nahe Bremen bombardieren. Beteiligt war auch die B-17 des Piloten Charlie Brown. Beim ersten Einsatz des Piloten wurde seine Maschine von der deutschen Flak schwer beschädigt. Das Flugzeug konnte sich nicht mehr in der Formation halten und fiel immer weiter zurück. Sie flog unter anderem über einen deutschen Flugplatz, auf dem die Bf 109 von Franz Stiegler neu aufmunitioniert und aufgetankt wurde. Stiegler flog der B-17 hinterher, um sie abzuschießen. Doch als er näher kam, merkte er, dass vom amerikanischen Bomber keine Gegenwehr kam. Im Heck war der Leichnam des MG-Schützen zu erkennen. Er flog neben der Maschine und entschied, sie nicht abzuschießen. Versuche, sie zur Landung zu bewegen, schlugen fehl. So eskortierte er sie, bis sie über dem offenen Meer Richtung Großbritannien waren und drehte dann ab. Ende der 80er Jahre unternahm Brown einen Versuch, den deutschen Piloten ausfindig zu machen. Tatsächlich wurde Stiegler auf die Anzeige in einem Magazin aufmerksam und die beiden trafen sich in Washington. Bis zum Tod der beiden im Jahre 2008 verband sie fortan eine tiefe Freundschaft.